Ja, jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Überprüfung der Maximaltragfähigkeit und Berechnung und Wahl der Bewährung. Okay, also drei. Zunächst Überprüfung der Maximaltragfähigkeit. Das ist Vrdmax und das rechnen wir einfach mit 1,4 mal Vrdc vom berechneten Vrdc U1, also das was wir hier gerade bestimmt haben. Also einfach 1,4 mal 0,771 kommen wir auf 1,079 MN pro Quadratmeter und das ist größer als die Einwirkung VED gleich 0,83 2 MN pro Quadratmeter und damit eingehalten. Wunderbar, dann können wir jetzt schon direkt die Durchstandsbewährung bestimmen. Durchstandsbewährung ASW1,2, also wir bestimmen direkt die Bewährung für die ersten beiden Reihen in Summe. Das ist Beta mal VED durch FyWD effektiv. Also man nimmt nicht Fy des Stahls, sondern man rechnet eine effektive Spannung aus, die man ansetzen darf. Also FyWD effektiv ist 250 plus 0,25 mal D, aber auf jeden Fall kleiner als FyWD 435 MN pro Quadratmeter. Und D ist hier in Millimeter einzusetzen. D in Millimeter. Okay, also FyWD effektiv ist 250 plus 0,25. Statisch Höhe sind 568, also 392 MN pro Quadratmeter. Damit können wir dann ASW1,2 bestimmen. Beta ist 1,1. VED-RED hatten wir oben ausgelesen mit 2,148 haben wir das bestimmt. Wo steht es? Hier haben wir es 2,148 MN. Das teilen wir durch das FyWD effektiv, was wir gerade bestimmt haben, also durch 392. Und dann mal 10,04 kommen wir auf 60,3 Quadratzentimeter. Und diese Bewährung wird jetzt verteilt auf die ersten beiden Bewährungsreihen. Ja, also diese Bewährung wird E zur Hälfte auf die ersten beiden Bewährungsreihen verteilt. Gut, fangen wir an mit der ersten Bewährungsreihe. Diese Bewährungsreihe legen wir im Abstand 0,3D ein. ASW ist dann einfach die Hälfte von 60,3, also 60,3 mal 0,5. Dann kommen wir auf 30,2 Quadratzentimeter. Der Abstand ist 0,3 mal D, also tragen wir nach hier oben ein 0,3 mal 0,568, also 0,170 Meter. Ja, also im Abstand 0,17 zum Stützenrand wird die erste Bewährungsreihe eingebaut. Jetzt bestimmen wir den Umfang, genauso wie vorhin, aber diesmal im Abstand von 0,3D. Vorhin hatten wir das ja im Abstand 1,0D bestimmt. Wir brauchen wieder diese Längen, die ändern sich nicht, die bleiben immer gleich, also 4 mal 0,35 haben wir jetzt hier. Und 2 Pi mal R und der Radius ist diesmal halt nur 0,17 groß. Also, 4 mal 0,35 plus 2 Pi mal der Radius von 0,170. Kommen wir auf 2,471 Meter. Gut, jetzt gibt es noch so ein paar konstruktive Vorschriften innerhalb von Akrit. Das gilt für alle dort angeordneten Bewährungsreihen. Max St kleiner gleich 1,5 mal D. Das ist der Abstand der Bügelschenkel in tangentialer Richtung. Wir haben im vorliegenden Fall, also St kleiner als 1,5 mal 0,568 Meter, also 0,852 Meter. Das ist der maximale Abstand der Bügelschenkel in tangentialer Richtung. Was das bedeutet, gucken wir uns gleich noch in der Skizze an. Schreiben wir aber noch eben auf, dass wir auch einen maximalen Durchmesser für die Bewährung wählen dürfen, für die Durchstandsbewährung. Also für den Durchmesser der Durchstandsbewährung gilt Max Durchmesser SW kleiner gleich 0,05 mal D. Also hier 0,05 mal 568 Millimeter. Das heißt 28,4 Millimeter darf der Bügeldurchschenkel maximal sein, aber das ist gar kein Problem. Wir wählen 8 Durchmesser 16, das ist eine zweischnittige Bewährung. Zweischnittige Bügel. Und damit haben wir eine vorhandene Bewährung von 32,18 Quadratzentimeter. Wir brauchen 30,2 und 8 Durchmesser 16, 8 Bügeldurchmesser 16 sind es. Dann haben wir eine Fläche von 32,18 Quadratzentimeter. Schreiben wir das vielleicht noch dazu, dass das 8 Bügeldurchmesser sind. Und deswegen haben wir 32,18 Quadratzentimeter. Jetzt müssen wir noch überprüfen, ist auch der tangentiale Abstand eingehalten? Also das hier mit dem maximal Durchmesser, das haben wir eingehalten. 16 ist weniger als 28,4. Jetzt müssen wir noch prüfen, ob auch der tangentiale Abstand hier eingehalten ist. Dafür müssen wir den vorhandenen tangentialen Abstand der Bügeldurchschenkel bestimmen. Vorhandener tangentialer Abstand der Bügeldurchschenkel, ST. Ich skizziere das jetzt einmal. Also wir haben hier unsere Stütze, dann kommt die erste Bewährungsreihe hier im Abstand 0,3 D zum Stützenrand. Wer bestimmt hier? Abstand 0,3 D. Und hier legen wir Bügel rein. Also zum Beispiel ordnen wir die folgendermaßen an. Hier einen hin, hier einen hin. Dann haben wir 4, wir haben aber insgesamt 8 eingelegt. Also liegt hier jeweils noch einer. So, und die Abstände der einzelnen Bügelschenkel, also von da nach da, das sind die Abstände ST. Gut. Wie können wir die bestimmen? Wir haben hier insgesamt eine Länge von 2,471 Meter. Und wir haben insgesamt, wie viele Stäbe drin liegen? Wir haben 8 Bügel mit jeweils 2 Bügelschenkeln. Das heißt, insgesamt sind 16 Bügelschenkel hier. Das heißt, wir rechnen einfach U1 durch 2 mal Anzahl der Bügelschenkel in Bügelschenkeln. Das heißt, bei uns U1, haben wir gerade gesagt, 2,471. So, also U1 stimmt nicht ganz. Hier ist es ja U0,3 D. In dem Fall U0,3 mal D. Durch 2 mal Anzahl der Bügelschenkel, also, oder, Entschuldigung, entweder Anzahl der Bügelschenkel oder 2 mal Anzahl der Bügel. Also, Anzahl der Bügel 2 mal 8 kommt raus, 15,4 Zentimeter und das ist deutlich kleiner als die maximalen 85,2 Zentimeter, die wir ausgerechnet haben. Okay, dann gibt es auch noch eine Mindestbewährung eines Bügelschenkels, die man einhalten muss. ASW-Min, das ist 0,08 durch 1,5 mal Wurzel FCK durch FYK mal SR mal ST. Gut, was ST ist, haben wir schon geklärt. Das haben wir eingezeichnet. Was ist ST? Also, die nächste Bügelreihe kommt hier im Abstand 0,5 D. Also hier 0,5 mal D. Und hier ist 0,3 D. Der größere dieser beiden Abstände, das ist SR. SR steht für radialer Abstand, also T für tangenzieller Abstand. In diese Richtung, eher für radialer Abstand. Wir nehmen den größeren, das heißt SR wäre bei uns jetzt hier 0,5 D. Gut, damit können wir ASW-Min ermitteln. ASW-Min ist 0,08 durch 1,5. FCK, wir haben C 30, FYK, Streckgrenze vom Stahl 500, radialer Abstand 0,5 D, also 0,5 mal 56,8 mal tangenzieller Abstand, den haben wir mit 15,4 bestimmt. Und damit brauchen wir je Bügelschenkel mindestens 0,26 Quadratzentimeter. Ein Durchmesser 16 hat einen Querschnitt von 2,01 Quadratzentimeter. Und damit deutlich eingehalten. Gut, das war jetzt für die erste Bewährungsreihe. Also das, was wir jetzt hier ab hier für die erste Bewährungsreihe gemacht haben, machen wir jetzt auch für die zweite Bewährungsreihe. Natürlich ein bisschen kürzte Form, weil wir nicht mehr alle Werte einzeln berechnen müssen. Also zweite Bewährungsreihe, die liegt jetzt im Abstand 0,3 D plus 0,5 D, also im Abstand 0,8 mal D. Das heißt 0,8 mal 0,568 sind 0,454 Meter zum Stützenrad. Gut, ASW erforderlich. Das ist genauso wie bei der ersten Bewährungsreihe. Hier hatten wir 30,2 Quadratzentimeter und hier haben wir auch 30,2 Quadratzentimeter. Okay, dann rechnen wir den Umfang 0,8 mal D. Gucken wir mal 0,03 mal D. Einfach 4 mal 0,35 plus 2 Pi mal der neue Radius. Ansonsten bleibt das gleich. Also 4 mal 0,35 plus 2 Pi mal 0,454. Kommen wir auf 4,255 Meter. Dann wählen wir, gewählt, 8 Durchmesser 16 zweischnittige Bügel. Warum sollten wir auch hier was anderes wählen als bei der ersten Bewährungsreihe? Das ist die gleiche Bewährungsmenge, die nötig ist. Zweischnittige Bügel. Also ASW vorhanden, genauso wie gerade, 32,18 Quadratzentimeter. Der tangentiale Abstand ist natürlich jetzt ein anderer. Wir haben ja jetzt nicht U0,3 D, sondern wir haben jetzt U0,8 D. Also nicht 2,471, sondern 4,255. Die Anzahl der Bügel-Schenkel ist aber gleich geblieben. Also 16 Stück. Und deswegen haben wir einen Abstand von 26,6 Zentimeter. Das ist aber auch kleiner als 85,2 Zentimeter. Ist also in Ordnung. Jetzt bestimmen wir noch ASW-Min. ASW-Min. Also 0,08 durch 1,5 mal Wurzel 30 durch 500. Radialer Abstand bleibt bei 0,5 mal 56,8. Also das ist SR mal der Abstand in Tangentialerrichtung, also 26,6 Zentimeter. Kommen wir diesmal auf 0,44 Quadratzentimeter. Und das ist immer noch kleiner als AS-Durchmesser 16. Also ausreichend. Okay, was machen wir als nächstes? Als nächstes überprüfen wir, brauchen wir eine dritte Bewährungsreihe oder nicht? Also, Frage ist eine dritte Bewährungsreihe erforderlich? Dafür gehen wir jetzt im Abstand 1,5 d zur äußersten Bewährungsreihe, also hier zur zweiten Bewährungsreihe und schauen, ob in diesem Rundschnitt noch eine Bewährung erforderlich ist. Wir bestimmen dafür U-Out, äußerer Rundschnitt, umfangsäußeren Rundschnitts, im Abstand 1,5 mal d von der zweiten Bewährungsreihe. Okay, damit ist U-Out gleich 0,8 mal d plus 1,5 mal d. Also hier 2,3 mal d. d ist 0,568, also haben wir 1,306 Meter. Okay, wir haben damit, dass der Rundschnitt teilweise außerhalb des Fundamentes liegt. Das Fundament, wenn wir hier im Abstand von der Stütze bis zur Außenkante gehen, haben wir genau A-Lambda und A-Lambda ist 1,225. A-Lambda gleich 1,225 Meter, 1,306 Meter ist größer, das heißt, wir liegen teilweise mit unserem Rundschnitt außerhalb dieses Fundamentes. Also wenn ich den Rundschnitt jetzt hier einskizziere, dann liegt der so, ne? Schreiben wir das einmal auf. Der äußere Rundschnitt im Abstand 1,036 Meter. 1,306 Meter liegt teilweise außerhalb des Fundamentes. Daher wird der äußere Rundschnitt auf der sicheren Seite liegend. So angenommen, dass er genau an der Fundamentaußenkante entlangläuft. Okay, also wir nehmen A-Lambda hier mit A-Lambda 1,225 Meter. A-Lambda ist damit 1,225 Meter. Dann bestimmen wir jetzt damit das A-Out, also die Fläche im äußeren Rundschnitt. Und das machen wir genauso, wie wir das hier oben ganz am Anfang schon gemacht haben, als wir die Fläche im kritischen Rundschnitt bestimmt haben. Das Cx mal Cy, dann zweimal Cx plus Cy mal Akrit. Akrit ist halt jetzt hier nicht 0,568, sondern 1,225. Und Pi mal Akrit, auch hier das Akrit, ist 1,225. Ansonsten ist das genau die gleiche Formel. Also haben wir da stehen, A-Out 0,35 Quadrat plus 4 mal 0,35 mal Akrit 1,225 plus Pi mal 1,225 zum Quadrat. Und dann kommen wir auf 6,55 Quadratmeter. V-E-Di-Rett ist jetzt gleich 2,45, das ist unsere einwirkende Normalkraft. Minus A-Out mal der Sohldruck. Der Sohldruck hier waren die 2,45 durch 2,8 Quadrat. Kommen wir auf 0,403 MN. Hier müssen wir nicht diese Abmennung von 0,5 machen, die wir oben gemacht haben. Im äußeren Rundschnitt. Das ist nur in dem Rundschnitt U1, wenn wir diese vereinfachte Annahme von 1,0 deführen. Also hier die 0,5 nicht mit ansetzen. Damit können wir dann mit dem Akrit von 1,225 auch das U-Out bestimmen. Also den Umfang im äußeren Rundschnitt. Rechnen wir auch genauso wie oben, wie wir das oben bestimmt haben. Hier müssen wir auch nochmal korrigieren. Das ist natürlich nicht U-Out, sondern A-Out, den wir hier bestimmt haben, die 1,306. U-Out ist dann 2 mal 0,35, oder 4 mal 0,35 machen wir direkt, 4 mal 0,35, plus 2 Pi mal R, Radius 1,225. Kommen wir auf einen Umfang von 9,097 Meter. Gut, dann klein V-Ed-Out, Beta, 1,1, mal V-Ed-Red, also 0,403, durch U-Out, 0,097, mal D, 0,568, sind 0,086 MN. Das ist die Einwirkung im äußeren Rundschnitt. Jetzt noch der Widerstand im äußeren Rundschnitt, also VRD, C-Out. Das ist wieder Maximum von. Jetzt ist eine kleine Änderung zu dem, was wir gerade hatten. Wir haben jetzt hier 0,1 mal K mal 100 mal ROL mal FCK auch ein Drittel. Und hier unten steht einfach V-Min. Schreiben wir noch dahinter. Ohne 2D zu A, da Abstand des Rundschnitts zur Stützenkante größer als 2 mal D. Gut, dann haben wir also hier VRDC-Out. Das ist gleich Maximum von. 0,1 K ist 1,593. 100 Bewährungsgrad 0,00189. FCK 30 hoch ein Drittel kommt raus 0,284 MN pro Quadratmeter. V-Min ist 0,385 MN pro Quadratmeter. Das heißt V-Min maßgebend. Und jetzt vergleichen wir das. Also wir vergleichen VRDC-Out von 0,385 MN pro Quadratmeter mit VED-Out gleich 0,086 MN pro Quadratmeter. Das ist deutlich kleiner und damit ist keine dritte Bewährungsreihe erforderlich. Okay, dann schauen wir uns noch den vierten Punkt dieser Aufgabe an. Nachweis der Mindestlängsbewehrung zur Sicherstellung der Durchstandstragfähigkeit. Also vier Mindestlängsbewehrung zur Sicherstellung der Durchstandstragfähigkeit. Dafür rechnen wir einen Moment MED aus. Das ist ETA mal VED. Und ETA lesen wir ab. Da gehen wir einmal ins Skripten-Massivport-2. Und dann sehen wir, dass wir hier verschiedene ETA-Werte haben. Je nachdem, wo die Stützen liegen. Das ist jetzt eher so für Flachdecken. Bei Fundamenten haben wir eher keine Randstützen und Ecksstützen. Da haben wir eigentlich immer nur Stützen, die mätig draufstehen. Das heißt, wir müssen hier bei Innenstütze gucken und sehen, dass wir in beiden Fällen für ETA-X und ETA-Y immer 0,125 haben. Also ETA ist bei uns 0,125. Wir lesen das aus bei den Innenstützen. Für die Querkraft VED, die ich hier ansetze, darf ich auch wieder was reduzieren. Ich darf aber nur den Bereich, der direkt unterhalb der Stütze liegt, abmändern. Also für die Querkraft VED RET, gut nehmen wir es hier auch, VED RET, darf die Bodenpressung unterhalb der Stütze von der Stützenkraft abgezogen werden. Okay, das heißt, kleine Skizze, Fundament, Stütze und wir dürfen jetzt nur um A-Loot das Ganze abmindern. Also VED RET ist dann 2,45, das ist die einwirkende Kraft, minus 0,35 Quadrat mal die Spannung Sigma GD. Sigma GD ist 2,45 durch 2,8 Quadrat, also hier 2,341 Meganewton. Also wir sehen, wir dürfen ein bisschen was abziehen, von 2,45 kommen wir auf 2,341 Meganewton. Gut, damit bekommen wir dann MED ETA 0,125 mal VED RET, also mal 2,341 Meganewton. Und wir bekommen einen Moment, für den wir den Nachweis führen müssen, von 0,293 Meganewton Meter pro Meter. Also jetzt machen wir ganz normal Biomessungen, wie wir das auch am Anfang schon bei Punkt 1 gemacht haben. Also die Mindestbewährung zur Aufnahme dieses Momentes ist zu verteilen auf die Breite des kritischen Rundschnittes. unter Beachtung von By gleich 0,3 mal Ly und Bx gleich 0,3 mal Lx. Das haben wir auch hier in dem Skript stehen, 0,3 Ly, 0,3 Lx. Okay, das heißt BM ist gleich 0,35 plus 2 mal Akrit. Das ist 0,568, also auf die Breite von 1,49 Meter ist die Breite des Rundschnittes, des kritischen Rundschnittes, also vom Stützenrand Akrit nach rechts und links. Aber größer als 0,3 mal Lx, also 0,3 mal 2,8. Das sind 0,84 Meter. Das heißt hier auf einer Breite von 1,49 Meter müssen wir die Bewehrung, die wir jetzt gleich ermitteln, einlegen. Gut, µ EDS, Breite, äh, im Moment ist 0,293 MN m pro Meter. Breite, wir haben das Ganze hier pro Meter, das heißt wir teilen durch B 1 Meter. Statischhöhe 0,568 zum Quadrat, FCD 17,0. Kommen wir auf ein µ EDS von 0,0534. Okay, für Omega müssen wir also jetzt hier, nehmen wir das Skript massiv vor 1 nochmal rein, interpolieren zwischen 0,05 und 0,06, also das was wir hier blau markiert haben schon. Das heißt, 0,0515 plus 0,0621 minus 0,0515 mal, streichen wir 0,54 wieder raus, also 0,34, haben wir 0,0551. Damit haben wir dann eine erforderliche Bewehrung, das ist erforderlich, von 1 durch Sigma SD, haben wir wieder 457 mal Omega 0,0551, Breite 1,0, D 0,568 mal FCD 17,0, umrechnen, mal 10 hoch 4, kommen wir auf 13,32 Quadratzentimeter pro Meter. Und das muss, wie gesagt, auf eine Breite von 1,49 Meter eingelegt werden. Wir haben eine vorhandene Bewehrung von 13,4 Quadratzentimeter pro Meter in Streifen 3 und 4. Diese ist aber nicht auf eine Breite von 1,49 Meter, sondern auf eine Breite von 1,40 Meter eingelegt. Das heißt, was machen wir? Wir legen diese Bewehrung einfach auf eine etwas größere Breite, nämlich auf 1,50 Meter an, und dann haben wir auch die Mindestlängsbewehrung zur Sicherstellung der Durchstands-Tragfähigkeit eingehalten. Schreiben wir das nur auf. Die Bewehrung der Streifen 3 und 4 beträgt 13,4 Quadratzentimeter pro Meter. Diese wird nun nicht wie vorne bestimmt auf einer Breite von 1,40 Meter. Sondern auf einer Breite von 1,50 Meter eingelegt. Also einfach, es muss mindestens auf einer Breite von 1,49 Meter eine Bewehrung von 13,32 Quadratzentimeter liegen. Und wir legen jetzt das einfach, bringen wir diesen Nachweis, indem wir sagen, okay, das was sowieso in Streifen 3 und 4 liegt, auf 1,40 Meter breite, verlegen wir nicht auf 1,40 Meter, sondern auf 1,50 Meter. Und dann ist das größer als das und damit passt das. Und dann ist das gesund. Vielen Dank.